So, ich habe hier gerade eine Wespe am Fenster. Ein wunderbares Wesen. Ich weiß nicht genau, was sie da am Fenster gefunden hat. Ich finde diese Wesen sehr interessant. Ich habe mich nie mit Wespen beschäftigt. Jetzt hat sie es aufgegessen. Wahnsinn. Wow. Es wird noch sauber gemacht. Schaut euch mal die Füße an. Der Hammer. Die Fühler. Wie cool. Jetzt werden die Füße geputzt. Sehr schön. Wow. Ganz toll. Hier sehen wir ganz deutlich die Fähigkeit, sich zu reinigen. Wunderbare Wesen. Jetzt hat sie das aufgegessen, was immer das war. Fühler waren sauber gemacht. Ja, gut gemacht. Wow. Jetzt ist sie weg.